so meine guten freunde und freundinnen diese woche ist die runde der woche nautis wie schon gesehen habt und nautis ist die runde des feuers es ist eine runde des feuers reibung reib widerstand so das feuer ist primitiv und es ist eine der urbedürfnisse des menschen und bei nautis geht es um unsere bedürfnisse unserer unser feuer das wir brauchen zum überleben das feuer spendet wärme und schutz genauso brauchen wir auch essen und trinken nahrung und flüssigkeit aber es geht bei nautis auch um unsere spirituellen bedürfnisse es ist also ein gesamtpaket also diese woche müssen wir auf unsere bedürfnisse achten allzu oft werden die eigenen bedürfnisse einfach fanatis da bin ich nicht von ausgeschlossen deswegen auf die eigenen bedürfnisse heute achten also die woche und auch auf die bedürfnisse der anderen aber vor allem auf seine eigene also danke fürs zusehen danke fürs zuhören habt alle noch einen wunderschönen wochenstart kommt gut in die woche und falls ihr den kanal noch nicht abonniert habt tut das bitte dann verpasst ihr kein von der videos mehr und ansonsten bis zum nächsten